ich bin lady face und ich begrüße dich mit dem gruß der geistigen welt voller liebe mit omar tassad ich lady face werde heute für dich dein drittes auge aktivieren und so freue ich mich dass ihr heute so vielzählig hier angekommen seid denn je mehr menschen heute in diesem moment dabei sind desto intensiver und stärker wird die energie fließen und so bitte ich dich nun dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren und das licht der liebe einzuatmen lasse dieses licht der liebe in dein herz hineinfließen und denen dich mit diesem licht aus spüre wie dein herz zu einer goldenen sonne erstrahlt und nehme meine energie war nehme lady face war und so hülle ich dich ein mit meiner energie mit meine liebe und wenn du es erlaubst wird dich jetzt deine seele führen führen in eine energie wolke welche ich für dich vorbereitet habe mit einem tiefen atemzug kommst du direkt in diese energie wolke und ich bitte dich dich jetzt auf einen stuhl zu setzen ich lady face werde nun energien für dich übertragen und so bitte ich dich lege nun deine linke hand ganz sanft und locker über dein drittes auge lege deine linke hand über dein drittes auge und spüre wie ich dir energien sende es entsteht zwischen deiner hand und einem dritten auge eine besondere energie welche direkt aus der wirklichkeit kommt es ist die öffnende energie die reinigende energie von lady face ich sende dir jetzt so viel energie wie es für dich richtig und gut ist und du spürst wie dein handschakra sich öffnet und die energien einfließen und nun lege deine hand auf dein herz lege beide hände auf dein herz währenddessen die energien deines dritten augen weiter schwingen wie sie kreisförmig dein drittes auge ausdehnen und energie einfließt reinigt und klärt lass es geschehen es geschieht zu deinem allerhöchsten wohle so werden jetzt strukturen entfernt welche dein auge verunreinigen ich ziehe sanft diese energien aus deinem auge hinaus spüre die wärme und spüre wie es sich bewegt wie platzfrei wird spüre wie dein drittes auge sich aktiviert und nun sende ich licht das licht der liebe in dein drittes auge ich sende dir das licht aus der wirklichkeit damit du fühlst wie sehr du doch mit der wirklichkeit verbunden bist spüre die energie und lasse geschehen lasse alles so geschehen wie es geschieht ich wirke in tiefster liebe für dich und die verbindung zu deiner zirbeldrüse wird nun hergestellt die linien zwischen deinem dritten auge und deiner zirbeldrüse werden gereinigt und ausgedehnt du spürst du spürst vielleicht in deinem kopf die verbindungslinien der zirbeldrüse und deines dritten auges lass auch dies geschehen denn es geschieht so wie es richtig und gut für dich ist und so entsteht ein kreislauf der energien die verbindung ist frei und dein drittes auge hat sich ein wenig weiter geöffnet alles was du wahrnimmst ist die wahrheit die wahrheit aus der wirklichkeit vielleicht empfängst du jetzt bilder oder gefühle völlig egal wie es sich dir zeigt es sind erinnerungen deiner seele aus deinen inkarnationen welche du jetzt wahrnehmen kannst und je nachdem ob es gerade passend ist wirst du etwas spüren wirst du mehr oder weniger spüren vertraue einfach dass alles so wie es ist gut und richtig ist so fließt die energie immer noch in deiner zirbeldrüse und in deinem dritten auge und jetzt sende ich dir die tiefste liebe aus der wirklichkeit und du spürst vielleicht einen unterschied der energie und vielleicht kannst du erkennen welche farbe die energiewolke hat in der du jetzt gerade sitzt mein allerliebster mensch für den moment habe ich für dich gewirkt so wie es gut und richtig war und nun darf ich dich bitten dich zu erheben und dich von deiner seele in dein hier und jetzt in deine räume begleiten zu lassen komme in deinem tempo so wie es sich gut anfühlt zurück in dein zu hause währenddessen ich lady face mich von dir verabschiede und die worte von ananasia direkt in dein herz sende bin und hier 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 hin hier 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 Vielen Dank.